Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Baraja von Barajalas Paper und ich habe euch heute eine größere Tasche mitgebracht und zwar die hier. Die habe ich gemacht aus 120 Gramm normalen Druckerpapier und habe dieses Papier sehr lange in Tee gefärbt und daraus ist dann diese Tasche hier geworden. Ihr könnt da reinschauen. Die eignet sich wunderbar um Papiere und Sticker und Diekatz und so weiter vernünftig zu verstauen. Lange Rede kurzer Sinn. Lass uns mal loslegen. Aber vorher, guckt mal, habt ihr mich schon abonniert? Habt ihr mir schon mal einen Kommentar oder ein Like irgendwie verpasst? Da würde ich mich riesig darüber freuen. Und jetzt geht's ab in die Bütt. Viel Spaß. So, willkommen zum zweiten Teil und jetzt geht es mit Inhalt los. Ich möchte eine breite Tasche haben. Ich habe mich eben einmal selbst verarscht. Ich habe mein Prototyp nicht richtig angeguckt und habe dann einfach das Blatt quer genommen. Das funktioniert nicht. Ihr nehmt an dem Vierblatt weiterhin Hochkant. Die Knicke und Falze sind natürlich ein bisschen anders. Und zwar müsst ihr tatsächlich rechts und links zweieinhalb Zentimeter wegfalzen. Seht zu, dass das oben richtig liegt, weil bei zweieinhalb Zentimetern sieht man jede Abweichung. Je nach Papier schaut, dass ihr vorsichtig falzt, weil sonst ihr euer Papier durchfalzt mit dem Gerät. Ich habe hier 120er Druckerpapier genommen. Also Printpapier in 120. Habe das T gefärbt. Das ist recht gut und stabil. Das ist alles prima. Jetzt kommt das aber. Auch hier, wenn man dazu dick aufdrückt, dann macht das einfach schlapp. So, jetzt nehmen wir 2x12. Bisschen wie bei der Tasche, die ich im ersten Video gezeigt habe. Da haben wir 2x12 genommen. Durchgeschoben bis zur 24. So, diesmal haben wir nur, in Anführungszeichen nur, weniger Öffnung. Das heißt, das geht ganz so weit auf, dass das Taschlein, was ich jetzt hier mit euch bau. Das geht noch ein Stück auf. So, wir haben die Falze. Und auch jetzt verschwinden wieder die Ecken. Große Schere her. So, Video läuft noch. Video hat noch einen vernünftigen Zoom. Weil manchmal dreht meine Kamera nämlich ab und ist der Meinung, sie müsste ständig rein, rauszoomen. Was euch denn vermutlich irre macht auf der anderen Seite der Kamera. Und das möchte ich euch gerne ersparen. Und mir dann auch später die Kommentare, die sagen, ja, das ist alles ganz toll, aber deine Kamera nervt. Ja, weiß ich. Danke. Deswegen ist das Überprüfen ab und an mal ganz okay. Ich hab gerade ein bisschen geärgert hier. Da muss man mal gucken. Wenn man Papier gefärbt hat, man hat das irgendwie lange eingelegt, also das Papier hier, das lag recht lang und T, wenn ich eine schöne dunkle Färbung haben wollte, dann leidet manchmal die Haltbarkeit. Ist ja logisch. Wenn du in der Badewanne einlegst und da drei Stunden legst, dann bist du auch entsprechend schrumpelig. So ähnlich geht es dem Papier wahrscheinlich auch. Kann ich mir vorstellen. Auf jeden Fall ist es so, dass es dann einfach nicht mehr so widerstandsfähig ist. Also wir haben das Täler in Werdenberge. Das heißt, diese Täler werden jetzt zur Außenseite. Eins. Oh, komm schon. Zwei. Und jetzt die Außenflaps auch noch einmal reingeknickt. Je dünner dein Papier, desto vorsichtiger musst du dabei sein, damit du dich nicht verknickst. So, jetzt möchte ich das auch genauso wie bei der anderen Tasche machen. Machen wir einmal die Seiten rund. Jetzt ist das so, so einen großen Ausschnitt habe ich nicht mehr auf meiner Schablone, dass das wirklich gut aussehen würde. Mal nehmen einen Teller. Tellertool auch genannt. So, ich mache jetzt einfach mal folgendes. Ich möchte rechts und links jeweils ein Zentimeter stehen lassen. Und jetzt lege ich schwupps. Ich hoffe, ihr könnt das mit dem Kontrast brauchbar sehen. Und nach dem Teller. Ja. Geht, ne? Ich lege meinen Teller hier an den Zentimeter, da an den Zentimeter, den ich mir hier mit schwarz gepunktet habe. Ihr seht's. So, ich nehme mir das einmal nach. Danke Tellertool. Vielen Dank für die Mitarbeit. So, und jetzt brauche ich hier wieder eine Schere und schneide außen am schwarzen Kreis lang, dass man im schwarz nichts mehr sieht. Ja, auch hier. Es gibt Zirkelcutter, es gibt dieses, es gibt jenes. Ja, gibt es. Habe ich auch. Im letzten Video auch schon gesagt. Habe ich auch. Funktioniert auch. Wollte ich für diesen 1,5 Kreis jetzt nicht benutzen. Wenn ich jetzt vorhabe, mehr als 1,5 Kreis lang zu machen, dann hole ich den noch sehr gerne raus. So. Sieht schon wieder aus wie eine Tasche. Genau, aber wir sind noch nicht fertig. Ihr holt euch ihr Lineal, schnappt euch hier die Diagonale von der Ecke bis zu der Ecke da oben, holt euch das Papier ein bisschen hoch. Also, ich gehe da wirklich runter und ziehe mir das hoch, bevor ich das wirklich final umklappe. So. Andere Seite nochmal. Untere Ecke, ihr erinnert euch, der Flapp ist hier, da ist unten. Untere Ecke, obere Ecke. Erstmal hochziehen, dass es sehr gerecht ist. Aufklappen. So, auch hier haben wir jetzt quasi Mini-Engelsflügelchen. Ich bleibe mal auf der Seite, lege jetzt die Knickkante, arbeite ich mir so ein bisschen vor. Ihr seht, ich knicke das hier so ein bisschen mit dem Fingernagel ein. Lege ich mir hier auf die Kante drauf. Hier mache ich das gleiche Spiel. Treffe genau meine Kante und fertig ist der Lack. Das heißt, ich habe hier eine schöne Klebefläche. Die Tasche geht so ein bisschen auf. Das Gute ist, wir haben hier einen ziemlich breiten Mund, sag ich mal, von dem Ding. Das heißt, ihr seht es gar nicht. Warte, halt, aber... So sieht das aus. Jetzt gleiches Spiel wie eben auch. Hier oben, das heißt eben, also im letzten Video, ne? Für mich ist das eben, für euch ist das letzte Video. Ich knipse hier diese Schräge ab. Ich lasse mir hier oben ruhig noch ein bisschen Platz, damit der Flapfone wirklich funktioniert. So. Ich hupp. Fertig. Nein, nicht ganz. Auch hier möchte ich natürlich wieder einfach Schluss machen. Den müsste ich jetzt nicht vorher machen, weil wir hier keine überlappenden Kanten haben. Aber. Aber, Leute. Dadurch, dass ich hier ein dünneres Papier genommen habe, werde ich mir den Verschluss verstärken. Ich zeige es euch. Das heißt, ich brauche eigentlich zwei von diesen Plättchen. Zwei Stück. Schwupps. Jetzt könnte ich mir überlegen, was nehme ich denn als Verschönerung? Nehme ich hier einfach so eins von meinem übrig gebliebenen Papier. Hallo. Könntest du mal? Danke. So. Oh, das ist ja eine herrliche Farbe, genauso wie das Papier selber. Ich nehme ein helleres Stück. Ich habe mich gerade umentschieden. Ich nehme ein helleres Stück. Sonst hebt sich das ja gar nicht von meinem Craftpaper ab. So. Kleber auf. Kleber raus. Klassenarbeit. Los geht's. Los geht's. Kleben wir mal den Punkt. Punkt. Auf den Kreis. So. Was sich bei diesem Vintage-Umschlag jetzt anbietet. Ist ganz klar. Ich hole mir... Ich werde noch ein bisschen vor dem Smox rumstehen. Brauche ich jetzt gerade nicht mehr. Ich hole mir jetzt... Vintage-Folto. Und ich distresse hier meinen Creme-Bempel. So. Hier geht mir erstmal weg. So. Und auch hier empfiehlt es sich jetzt, diesen ganzen Umschlag zu distressen. 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 Bevor... Bevor ihr den zusammenklebt. Weil danach... Also es geht auch danach, ne? Also das könnt ihr auch danach machen. Aber es ist wesentlich unhandlicher, wenn das Ding schon zusammengeklebt ist. Also... Distressing, distressing, distressing. Und auch dieses Herzchen hier, das eignet sich wunderbar für, ähm... Ja, zum Beispiel der Adventsgenanne. Also es ist jetzt einfach naheliegend, ne? Wir haben jetzt gerade... Wir haben jetzt gerade September... Den... Nein. Wir haben heute den 1. Oktober. Oh mein Gott. Ich nehme dieses Video am 1. Oktober auf. Ihr werdet es wahrscheinlich ein paar Tage später sehen. Das ist doch nicht, weil das schlimm ist. Wir haben jetzt tatsächlich Oktober. Das heißt, der Countdown läuft. Liebe Leute, eure Adventskalender müssen bald ausgeliefert werden, ne? Also... Wer auch immer an der Adventskalender-Aktion teilgenommen hat, ihr habt noch 6 Wochen. Wer das einfach für seine Lieben und seine Familie macht, ihr habt noch 8 Wochen. Kann, klappen, muss nicht, ne? Je nachdem, wie organisiert ihr seid. So. Dementsprechend könnte dieser Tipp vielleicht noch in deinen Plan passen, dir einen Adventskalender nach sowas zu bauen. Da kann man eine schöne Schachtel dekorieren, wo man diese Umschläge zum Beispiel hintereinander reinpackt. Man kann in diese Umschläge zum Beispiel in die großen hier Karten reinpacken. Da passt eine Postkarte wunderbar. Man kann sie in ein Buch kleben, in eine Mappe kleben, auf Pappen kleben und die Wand hängen. Was fällt mir noch ein? Ein Brett. Man kann auch ein Weihnachtsbrett machen. Ein Brett der Weihnachtswünsche. Und da diese kleinen Täschchen drauf kleben oder größere Täschchen oder verschieden große Täschchen. Ich habe euch im letzten Video die kleinere Variante davon gezeigt. Hier, das ist die größere Variante, die nicht ganz so weit aufgeht, zugegeben. Es ist und bleibt in DIN A4 Blatt. Das machen wir uns nicht vor. Es ist und bleibt in DIN A4 Blatt. Man kann es natürlich auch in DIN A3 machen. Hier rein kleben. Ah, Leute, habt ihr mich fast erwischt. Habt ihr mich fast erwischt. Und zwar wollte ich ja erstmal hier meinen Knopf setzen, bevor ich es zuklebe. Habe ich euch gerade noch vorgeschwärmt, wie einfach das ist, wenn man es noch nicht zusammengeklebt hat. Und dann mache ich sowas. Und fange einfach an zu kleben. Geht ja gar nicht. So, ich nehme jetzt diese beiden Plättchen aufeinander. Steche sie durch. Gleichartig. Auf meiner Schneidematte. Wenn sie sich durchstechen lassen. So, irgendwo hier wohnt noch ein Brad, der auf seinen Einsatz wartet. Mein Gott. Die gefingerten frühen Morgen. Hier gibt es ja gar nicht. Schmutzige Finger vor allem. So. Das wird jetzt erstmal ein völlig neutraler Vintage-Umschlag, der natürlich nach Herzenslust dekoriert werden kann. So, bevor wir jetzt weiter gehen. Ich möchte gerne vom unteren Rand. Jetzt habe ich mich natürlich total selbst veräppelt. Ich möchte vier Zentimeter vom unteren Rand. Habe jetzt aber hier schon was mit Kleber. Voll doof. So, egal. Ich mache jetzt Pi mal Nase. Dann messe ich mir hier die Mitte aus. Und was könnten vier Zentimeter sein? Dann machen wir das so. Ich meinte, sieht das aus wie vier Zentimeter? Also, es müssen keine vier Zentimeter sein. Es können. Das hier gefällt mir. Wichtig ist einfach, die Mitte von rechts und links zu treffen. Ganz ehrlich, ob es jetzt vier Zentimeter sind, fünf oder sechs, ist wurscht. Piep, egal. So. Ohne meinen Flap da schon anzukleben. Gleich jetzt. Ja, und das ist der Punkt. Ich habe dünnes Papier genommen. Also, 120er, ne? 120er ist verhältnismäßig nicht ganz so dünn. Aber ist mir ehrlich gesagt zu dünn, um es so freischwebend mit einem Bread einfach nur zuzumachen. Ich habe nämlich keine Lust, dass man dann da irgendwas dickes reinpackt und dann reißt das. Das sieht doch dann einfach nicht schön aus. Und dann ist das wieder was Tolles selbstgebasteltes, was nicht funktioniert. Ne. Ganz ehrlich, die Sachen müssen halten. Sie müssen funktionieren. Sie müssen halten. Sie müssen den Zweck erfüllen. Sie machen das ja alles mit einem Zweck, ne? Es ist nicht so, dass das hier jemand einfach nur aus Spaß macht. Das habe ich jetzt fast ein bisschen festgemacht, das Ganze. Also, da müsst ihr auch irgendwie gucken, wenn ihr die Sachen hier reinpackt. Also, den Bread zum Beispiel. Oh, meine Güte geht das dann hoch hier. Wenn ihr jetzt ein Bread irgendwie verarbeitet und ihr wollt das so haben, dass man hier noch, sagen wir mal, drumherum was wickeln kann, was wir gleich tun. Ihr seht ja den Verschluss, oder ihr habt den Verschluss zu Anfang schon gesehen. Ihr seht gleich den Verschluss nochmal, wie ich den baue. Dann muss das hier natürlich ein bisschen Spiel haben, ne? Also ihr müsst in der Lage sein, oder der Faden muss in der Lage sein, dann auch drumherum zu kommen. So, jetzt. Teil 2 der Klebearie. Ein bisschen ähnlich ist das oben, wenn wir gleich da ein Eilet reinmachen. Auch da würde ich mir den Ring verstärken, damit nicht ungemacht passiert. Das zeige ich euch auch gleich. Gebranntes Kinscholteresfeuer, ne? Ihr wisst das ja. Wenn man sich da mal so richtig schön so ein tolles Papier gemacht hat und super dekoriert und zack, es reißt. Ach, da ist man einfach den Trend nach manchmal. So, jetzt klappen wir das hier zu. Und ihr schaut schon mal auf jeder Seite, dass es wirklich aufliegt. Also aufliegt heißt Kante auf Kante, ne? Die hier, seht ihr. Dadurch, dass dieses Ding hier nicht ganz so viel Auflagefläche hat, wie die erste Tasche, die ich euch gezeigt habe, müsst ihr hier besonders gut hingucken, dass das auch funktioniert. Das heißt, nicht besonders gut messen unbedingt. Das ist gar nicht so nötig. Und dann hinschauen, dass die Kanten aufeinander liegen und das dann auch brauchbar aussieht. Und das Schöne ist, bei dieser Art braucht man gar nicht mehr hier drinnen irgendwie rumschnipseln. Hier ist schon fertig und fein. Sieht aus wie ne Tasche, riecht wie ne Tasche, ist ne Tasche. Jetzt kommen wir mal zu der Lochverstärkung. Die kleben wir jetzt auch einmal auf. Mit wenig Kleber, sonst schmiere ich mir gleich eine Lochzange ein. So, jetzt will ich hier nur die Mitte treffen, ne? Also, wenn man nicht so Zielwasser getrunken hat am frühen Morgen, dann immer unten anlegen. Da irgendwo wird auf jeden Fall das Loch sein. So, drehen wir uns den Spassmuckern. Ah, drehen wir uns den Spassmuckern so um. Das hat ihr gerade gesagt. Mitte, äh, also 4 cm rechts links. Dann machen wir mal den Punkt hin. Und da werden wir auch das Treffen. So. So, was machen wir da jetzt? Nehmen wir auch wieder so ne Vintage, ähm, ne Vintage-Hülse, weil einfach hier die Dinger, die passen wunderbar zusammen. Vintage-Farben oder Bronzefarbener Altbronze, irgendwie sowas. Vintage-Farbener Brett, äh, Vintage-Farbener Hülse. So. Na, ich schieb mal kurz nach, dass mir hier das Ding drin festklebt, weil ich da klebe. Einmal die Lochzange vor Ungemacht befreit. Bewahrt, besser gesagt. Das ist übrigens mein Stuhl, der hier so rumknetet, das ist toll, ne? So. Einmal in die Krabado. Super. Kneter, 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 kneter. Zack. So. Schwupp. Ich bin hier so leuchte Mühe. Ein 5mm verrutscht. Das glaube ich nicht, weil der Schlupf ist. Dann gibt's einen Faden. Mal Pinsel retten. Jetzt einen Faden. Ohren nach unten, dann gibt's hier schönste Knoten oder schönste Schlaufe hier. So. Nun könnt ihr so eine Tasche nach Herzenslust befüllen, dekorieren, was auch immer damit machen. So sieht das aus. Das ist unsere fertige große Tasche. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen, einfachen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sehe euch beim nächsten Video wieder. Oder ihr mich, wie auch immer. Ja. Habt eine schöne Bastelzeit und bis demnächst in diesem Kino. Bis zum nächsten Mal. Haha. Tschüss.